Eine Straße in Den Haag wurde anlässlich der Fußball-Europameisterschaft neu gestrichen. Zehn Freiwillige haben zwei Monate lang den dortigen Marktweg umgestaltet. Nun sind die Fassaden der Häuser orange. Der Marktweg ist eine von mehreren Straßen in den Niederlanden, die während der Europameisterschaften ein umfassendes orange Farben als Festlicht erhalten haben. Orange ist sowohl die Farbe der holländischen Nationalmannschaft als auch der niederländischen Königsfamilie.